Diesmal habe ich eine Gaming Maus mit einem besonderen Look für euch, zumindest vom Look her eher was für mich, doch bevor jetzt die Hälfte der Interessierten abschaltet, diese Maus gibt es einmal in neutralen Standardlook und zusätzlich aktuellen zwei verschiedenen Club Versionen. Wir haben hier eine dieser Club Versionen und zwar die BVB Edition, jedoch gibt es noch eine weitere Edition des deutschen Rekordmeisters. Wir haben uns die Maus von Snakebite mal genauer angeschaut und wollen euch diese mal etwas näher bringen. Die Game Maus ist das preiswerte Modell des Herstellers Snakebite. Es gibt noch unter anderem die Game Maus Pro, da gibt es auch noch eine Club Version, aber wir kommen erstmal zu dieser hier. Sie ist komplett im Matten schwarz gehalten und sieht recht nice aus. Auch haptisch fühlt sich die gummierte Oberfläche im Bereich der beiden Tasten und der Handballenauflage der Maus gut an und mit seinen Maßen liegt sie sehr gut in der rechten Hand. Mit einem Gewicht von ca. 138 Gramm ist sie angenehm schwer. Gewichte oder ähnliches bietet Snakebite nicht an. Auch in der linken Hand macht die Maus eine gute Figur, jedoch ist sie aufgrund der einseitigen Platzierung und der Zusatztasten auf der linken Seite klar auf Rechtshänder ausgelegt. Die in der Game Maus verbauten LEDs beleuchten die Maus im Standard- und BVB-Look in gelb und im FCB-Look in rot. Die Beleuchtung des Geräts ist gut umgesetzt. Der gesamte Korpus leuchtet weitestgehend gleichmäßig, sehr hell und in einer satten Farbe. Einzig zur Spitze hin sinkt die Lichtintensität. Jedoch gibt es hier einen Kritikpunkt. Die Beleuchtung ist nicht deaktiviert oder dimmbar. An der Verarbeitungsqualität der Game Maus lässt sich nicht bemängeln, denn das Gehäuse ist stabil gebaut. So, auf der Unterseite finden wir eine glatte Metalloberfläche, die sich auf den drei Gleitflächen sehr gut bewegen lässt. Zudem finden wir hier auch den eingebauten Sensor, der eine Framerate von 2000 Hz pro Sekunde und eine Beschleunigung von 8G aufweist. Die DPI-Rage liegt bei bis zu 2,4000 und ist auf vier Optionen abstufbar. Also 800, 1200, 1600 und 2400. Das ist selbst für anspruchsvolle Spieler völlig ausreichend. Die Informationen werden zwischen Maus und PC über ein 1,6 Meter langes USB-Kabel gesendet. Bevor wir aber jetzt zum Schluss kommen, noch kurz der Lieferumfang. Snakebite liefert ihr Produkt in einer schlichten Pappverpackung, wo sich die Snakebite Game Maus befindet, wie auch ein dazugehöriges Handbuch. Erhältlich ist die Gaming Maus im Standardlook für ca. 15 Euro, in der Club-Version bei ca. 30 Euro. Unser Fazit? Eine sehr preiswerte Gaming Maus, das mit einem verspielten Design und einer sehr guten Verarbeitungsqualität punktet. Technisch befindet sich die Maus im Mittelfeld, was auch die Ansprüche anspruchsvoller Spieler befriedigen sollte. Vor allem für Fußballfans, die auch am PC ihren Verein unterstützen wollen. Eine gute Wahl. Ja, das war unser Review zur Snakebite Game Maus und wenn euch die Review gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung von euch freuen. Wie natürlich auch über eure Kommentare und Abos. Glocke aktivieren natürlich nicht vergessen, wenn ihr keines unserer Videos verpassen wollt. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.